I got you, let's do it, 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 I got you. Einen wunderschönen guten Abend, ich begrüße Sie hier im Funclub. Ja, wahnsinnige Stimmung hier und ich begrüße Sie auch zu Hause an den Bildschirmen. Hier aus Köln sagen wir Ihnen Hallo Zuschauer. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Wir begrüßen natürlich auch mein sensationelles Publikum heute wieder hier in Köln im Leimleit. Ich sage Hallo Publikum. Hallo Publikum. Und wie sehe ich aus? Sehr schön. Und nun ist es wieder Zeit, einem Menschen den Weg ganz nach oben zu ebnen. Wir kommen wieder zu den glorreichen 30. Ja, 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 schnell und zackig. Und der Mann, der jetzt kommt, der nennt sich Zantag. Er ist ein Zauberer. Begrüßt Sie mit einem Riesenapplaus. Hier ist Zantag. Ah, ganz schön. Hallo. Hallo, guten Abend. Schönen guten Abend. Hallo. Du bist wirklich Zauberer? Natürlich. Da bin ich ja mal gespannt. Du hast 30 Sekunden Zeit, uns vom Hocker zu rauen. Zantag, kannst du das? Natürlich. Natürlich. Also, Riesenapplaus. Diesen Löffel werde ich gleich in meinem Mund drehen. Weil das aber relativ schnell geht, gibt es noch eine kleine Orientierungshilfe. Oh, mein Gott. Wahnsinn. Wahnsinn. Mit einer Gabel geht's aber auch. Hö, 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 hö. Jetzt hast du uns aber verarscht. Nein. Hast du die Zinken da jetzt reingebissen, oder was? Ja, klar. Ich bin Kunstbeißer. Du bist Kunstbeißer. Hör mal, Riesenapplaus für Zahntag. Toll. Dankeschön. Tschüss. Gleich. Gleich.